Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Trouble in Terrorist Town. Ey, wer macht sich hier lustig, Goro, oder was? Trouble in Terrorist Town, Leute. Alter, Goro, lass das! Monster! Es ist Monster, Leute! Es ist Goro! Lasst mich da erstmal, Goro. Erstmal Confirmed Town! Auf jeden Fall mit dabei Maxi Kunran, Fisk, Dalu, Juli, Nefi, Bosta, Goro, Tau, Tau, Fisk, Juli, Nefi, Dalu. Cut, Kunran, McFly, dann Fisk wieder, Tau, Tau, Goro ist auch mit dabei heute. Ich hab ihn gekillt! Juli ist mit dabei, Dalu, Nefias, Kunran, McFly, Fisk, Goro und Dalu. Kunran lebt auch? Oh mein Gott, ist das fertig? Sind heute viele, Juli. Kunran lebt auch noch. Ja, wir waren unterwegs. Ach ja, Kunran ist auch noch dabei, sorry. Ist Kunran dabei? Ne, ich hab Kunran eben aus Versehen nur dreimal genannt. Kunran, Kunran und Kunran. Kunran könnt ihr finden über Sofa-Gaming. Goro war über Kaffee-Beja-LP. Ja, mit SCA in der Mitte. Kaffee-Beja? Beja. Ach, je Beja. Übrigens hab ich... Könnt jetzt mal Dalu töten, ist das Game. Warum ich hab Grants gekehlen und Grants ist tot und Traitor? Oh, sorry. Alter. Nieder mit den Traitern. Will ich jetzt wirklich Dalu töten? Nein. Nein, ich habe Grants getötet. Ich schieße hier nur rum. Warum? Ich schieße hier nur rum. Wer bei mir reinläuft, ist dann selbst schuldig, ist das? Alter. Ey, ich wurde getroffen. Ich sage immer noch, ist es Nephi. Nein, ich bin es nicht. Wo ist Fisch? Ja, wo ist Fisch? Wer ist das denn, Me? Ja, da unten. Kunran ist es. Kunran. Niemals. Wo ist er denn? Neben dir. Ich hätte keine Munition mehr. Und McFly ist es. Und Nephi ist es. Und mit Goro, Dalu, Fisk, Nephi, Tauta, McFly. Na, da steht Nephi. Nephi. Nephi ist es. Und mir, eure Freund. Okay, Einleitung fertig, jetzt geht's los. Grüß euch, Leute. Grüß euch, Leute. Das haben wir. Grieß euch, Leiden. Grieß, Leiden. Grieß, Leiden. Weg. Sellout bei Tauta auf'm Kanal. Mit Dr. Oetker, ey. Und ich hatte direkt Goro als Ziel und hab's nicht geschafft, ihn zu propkillen. Ja, das ist Goro. Ich bin in Fältin. Hol' ich jetzt nach. Hol' ich diese Runde nach. Oh! Also, ich bitte. Goro ist es. Ey, sag mal, Junge! Ich kann nur nicht schießen. Was denn? Hast du gesch... Äh, Junge! Ja! Äh, Junge! Äh, Junge! Junge, kipp! Wo ist Granz? Oh, Udo! Gott, Goro hat nix gesehen! Udo! Goro hat mich angeschossen! Udo! Fisk ist es nicht! Fisk ist Cap'n Kork! Fisk ist Cap'n Kork! Jetzt ist erst mal Pipi-Zeit! Wo ist wirklich? Pipi-Zeit, Leute! Gehen ihr bitte alle aufs Klo? Ja, okay! Jetzt ist Finkel-Zeit! Darf ihr noch... Finkel-Zeit? Alle aufs Klo! Ich bin wir! Fass gern! Gar nix zu sagen! Toto! Kannst du abwischen kommen? Ich bin fertig! Alle Enos aufs Klo, bitte! Wieso gehst du nicht rein, Juli? Ich sag dir alle auch Enos, deswegen! Ja, ja! Warum seid ihr nicht drin, alle? Hier ist noch ein Plätzchen! Plätzchen! Juli ist es! Nein! Stop it! Das ist Goro! Nein! Haut er hier hinten? Oh shit! Oh shit! Was? Das hat er gemacht! Das sind unfällig! Sorry, ey! Sorry! Sorry! Notfall! Ich muss noch im Krankenstand sein! Der lebt noch, Leute! Oh yeah! Oh Gott! Glas-Splitter überall! Was hier? Gehen, hier ist ein Toter! Oh nein! Das ist so gruselig! Hey, was machst du denn hier? Goro ist Traitor! Ja, natürlich ist Goro Traitor! Ich bin hier sneaky unterwegs, weil hier einer war! Das klingt nach ne Ausrede! Fisk danst ab! Nefi? Nefi! Wer schießt hier? Was macht ihr hier eigentlich? Fisk gleiche danst nebenan ab! Reichen euch die Klos oben nicht? Das geheime Lager der Mikros! WTL geht da ab, ey! Was ist da los? Was macht ihr da? Oh mein Gott! Ich würd's sehr gerne sehen, ey! Könnt ihr mir das erklären? Oh! 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 Die Tür ist offen! Die Tür ist offen! McFry gut gemacht! Ich weiß, ne? Das war echt gut! Nefi was! Nefi was! Ich war das nicht! Ich glaub Nefi was! Ich glaub auch Nefi was! Was? What the fuck? Was ist da passiert, Alter? Oh, was ne Kackrunde! Oh, was ne Kackrunde! Oh, was ne Kackrunde! Oh mein Gott! Durch schon nie die Runde gewonnen! Klare Anweisungen gegeben! Jawohl! Slow motion! Wenn er mich beim Kacken stört, was weiß ich! Also bist du immer aufm Klo mit so'n Gewehr! Oh! Neufig! Aber die Tür war gut, ey! Wie viel hab ich'n damit erwischt, ey! Ich hab'n auf einmal hat's Punkte gegessen! Alle, glaub ich, oder? Ziemlich viele! Fisk ist, äh, leider... Nefi, du hast mich auch erwischt, oder? In der Siegel-Schussbahn gewesen! Das ist die Mikromelle! Wie der Schuss gelöst, ja? Das war mit er! Geh weg! Mit er! Das heißt, bitte! Ey, die Mikro ist hier im Boden! Was war das? Wege gar nicht an! Ey, hör auf, mir auf'm Arsch zu gucken, Maxi! Wie viel ist es? 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 Alter, Tau, 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 Tau ist es auf jeden Fall! Er hat grad die, 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 die Schildkröte getroppt! Wo ist er? Irgendwo da oben! Ja, pass auf! Nein, die musst du anschießen, damit die explodiert! Ich hab sie angeschossen! Und dann sind ich und McFly gestorben! Wann treffe ich eigentlich mal? Oh Gott! Hey, auf wen schießt du denn überhaupt? Gar nicht! Ich will einfach mal gucken, ob es Dalu ist! Irgendwie? Nimmst du mich Tazers und dann? Da drüben! Es ist Dalu! Nee! Es ist Dalu! Dalu kann nicht gewesen sein! Alter! Die Frösche! Goro, wir schnappen hier! He-Chartles! Ah! Conran! Weg hier! Ich rieche mich! Aua! Ein sauberer Headshot! Toll! Dann mach ich mal von dem, der dahinter ist! Von dem, der dahinter ist! Von dem, der dahinter ist! Was? Taz! Tschüss! Wer ist es, Juli? Was ist denn hier los? Fiesg Face-Track ist es! Ich bin aber am Ermitteln! Ich bin aber am Ermitteln! Dann ermitteln schneller, es ist Fiesg! Ehrlich jetzt? Ja! Okay! Ach! Ach! Scheiße! Lass doch weg den, ey! Und der andere Tau-Tau, richtig? Oder was? Hat er eine Maschinen... Ich hab grad den erschossen, Juli! Du warst daneben! Gut! Ja, der andere hat eine Maschinen... Erstmal einen Harry, ey! Hey, lebst du noch? Was macht der da? Verdammt, die hat mich selbst eingesperrt! Du kommst da! Aber du... Ja, ich wollt grad sagen! Drei Mal mit der Faust! Ja, die Falltunbacken! Also Tau-Tau ist es! Drei Mal mit der Faust! 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 Das ist Opt Haut-Tau! El Simbruy is in Fuisto! Oben! Oben. Hat mich... ne hat mich nicht. Die Miniga macht zu wenig Schaden. Oh, Juli hat mich getötet. Gut gemacht. Nein. Dreimal mit der Faust. Ha, dann kommt Juli Chaser. Gar nicht. Limbo. Ja, was denn? Der hat keine Anstrengung. Was war da los Nephi? Wieso hast du denn einen einfach abgeknallt vor meinen Augen? Ich schieß auf die Schildkröte und Nephi plötzlich... Ja, vor allem Nephi macht einen guten Headshot und ich mach auch einfach direkt einen Headshot. Was ist das? Soll ich die Tür packen? Ja, du hängst in der Tür. Lasst ihn da. Lasst ihn zurück. Ey, ich häng in der Tür hier. Macht ihn mit dem Blumentopf hier, okay? Ey, ich häng immer noch in der Tür. Kält ihn einfach gleich am Rundenanfang. Los Leute, wir haben nichts gesehen. Oiden. Oiden. Es passiert was. Es passiert was. Oh, hier liegt noch eine Diegel im Raum. Wir hätten keine genommen. Was? Das ist meine. Was ist das denn für ein Zug? Was ist das denn für eine... Erste Süße kommt da so viel hin. Irgendwann bring ich es Eis noch ein. Ey, aus dem Weg. Fisk ist es, oder? Der DT ist leicht Akko. Ja, grüßt euch. Macht hier einfach ein Bildschirm. Ah ne, Bildschirm. Grießfrei, Leute. Grießfrei. Grießreich. Grießreich. Ja, genau. Grießreich. Nefi lebt aber noch. Nefi lebt aber noch. Das Grießreich. Das Grießreich. Das Grießreich. Das eigentliche Reich, was Hitler erschaffen wurde. Hä, wieso hab ich in der Jugend schon Wert keinen Ding an? Das ist scheiße. Das wär richtig urleihwand gewesen. Ey, Nefi hat hier grad hingesprayt, Leute. Und zwar, der Traitor war hier. Sorry, oder so. Kunran war das. Das war ein Geständnis. Der Traitor war hier. Sorry. Sorry? Sorry? Damals, wo man noch Sieg-Schwein gesagt hat. Sieg-Schwein, Leute. Ey, Kunran guckt mich an. Das war gut. Nefi folgt mich. Da gucken wir doch so eine Liste. Sieg-Schwein. Bist du bescheuert? Ja. Ich hab Nefi's Liste. Ich hab Nefi's Liste. Kunran ist ne Shopping Queen, Leute. Warum? Haben wir... Shopping Queen. Shopping Queen. Wo ist er hin? Hä? Er hat sich hier Luft aufgelöst. Aber ich hab ihn doch getötet, oder? Nein, Grandson hat ihn getötet. Ja, aber wo ist er hin? Hä? Ich bin jetzt... Hä? Ich glaub, ich seh ihn da draußen. Er bringt mir zu. Goro ist das okay. Judy, 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 Lay. Hey, Goro... Judy hat grad auf Goro geschossen, oder? Ne, gar nicht. Schieß jetzt. Ist das ein Detektiv-Befehl? Nein, sag mal! Das ist ein Detektiv-Befehl. Was? Ehrlich jetzt? Hör mal. Hör mal, Leute. Hey, wer darfst du ein Panzer? Ja, halt! Goro hat's gesagt! Ich kill dich! Ich kill dich! Was war denn mit dem los? Was ist in den Gefahren? Wow! Spotz, da war's. Er hat Dalo mitgenommen. Nein! Maxi? Ja? Ja? Und Dete, weil hier liegt ein Hut. Julie? Also Goro ist wahrscheinlich auch tot. Was ist da? Ich würde sagen, wenn Kunran und Fist nicht mehr leben... Doch, doch. Fist lief hier auch gerade noch rum. Okay, dann wird das wahrscheinlich Fist sein. Goro ist wahrscheinlich tot, weil hier liegt es ein Hut. Ich bin's immer. Und er reitet da nicht. Ich bin's nicht. Na? Der leift da. Na? Der leift da. Der leift da. Na? Der leift da. Na? Willst du nicht? Willst du nicht? Ich will nicht, ne? Wenn's hier schon nicht mein Dialekt kennt, gell? Wieso deinem? Vielleicht wollte ich ihn ganz anderen machen. Das war doch nicht dein Dialekt. Willst du nicht? Wer reden so deppert? Ich verorscht's mich ja nur mit meinem... Wenn's das schon macht, dann richtig. Wieder, wieder! Oh, fuck. Namen. Dann du hast Grund dran. Wahrscheinlich. Oder du, TauTau. Ach du. Oder ich. Warum machst du das? Oh, mach's ruhig. Es war schon angesagt, dass ich getötet wurde. Ja, echt? Er wollte mir einen Blumenkopf erschlagen, ganz am Anfang. Oh. Von wem? Ach, das merkt doch keiner, ey. Ehrlich? Jeder nebensteckt, wenn's tötet mich. Alle coolen. Das hat keinen interessiert. Ich hab deine Leiche nicht mehr gefunden. Ich war doch der Einzige, der's gesehen hat. Ich hab's nur gehört, ja. Ich fand's lustig. Er ist so heiß wie ein Vulkan. Wer? Kundran. Du, auf jeden Fall nicht. Und wo ist Maxi? Ja, ja, hier. Okay. Geh ruhig so fünf Meter vor mir, Maxi. Das ist das Beste. Okay, kein Problem. Mach ich gerne. Soll ich mich am besten neben Goro stellen? Ja, dann zwei zum Preis von einem. Komm, Kobo. Komm. Ne blutige. Nefi wird mich jetzt töten. Nefi wird mich töten. Du hast nicht getroffen, jetzt bin ich dran. Nefi wird mich töten. Ja, ich bin's ja nicht geworden, leider. Nefi wird mich töten. Ist das noch Baby Dalu? Nein, das ist die Diegel. Achso, okay. Ey, Dalu. Ich verfolge dich, weil du wolltest wen erschießen, aber wen? Grants. Also ich hätte dich jetzt auch töten können, Kondran. Warum Grants? Hinter dir. Warum nicht? Wo hast du hier versteckt gehabt? Ja, gut, ne? Leute, wisst ihr was? Ich glaube, es ist Nefi. Wer schießt hier? Auf mich hat Schade. Ich glaube, das war Nefi. Oh, hier ist er. Nefi. Ah, da wurde er abgestochen hinter dir. Hast du das nicht gehört? Wo? Ja, ich weiß es nicht. Grants blockt mich hier die ganze Zeit mit Absicht. Ja, da hinten. Wer ist das Fisk? Tau Tau. Da ist er. Tau Tau hier, Leute. Verdammt. Armin. Der geht hoch. Der geht hoch. Lauf Fisk. Oh Gott. Ah, kein Chili heute. Ich glaube, Maxi ist der andere. Ich glaube, Kunran ist der andere. Chili kon Maxi, Leute. Nee, Kunran war hier oben die ganze Zeit. Kunran ist doch hier ganz hinterher, deswegen. Maxi ist der andere. Warum bin ich der andere? Ja, weil die anderen sind alle safe. Die anderen sind alle safe. Maxi und Kunran können sich duelieren. Wo ist Kunran denn safe? Was hat Kunran denn gemacht? Maxi und Kunran können sich duelieren. Den Textfeld regeln das. Hatte sein Magnetistick in der Hand. Taser ein. Ich habe ihn verraten. Ich habe ihn verraten. Es sind doch noch mehr als die hier anwesenden. Nein. Maxi und Kunran können sich duelieren. Sonst sind es beide. Du bist nicht wieder safe. Ja, also ich glaube, es ist McFly. Ja, er flieht. Hab ihn. Ja. Oh, ich verdreht. Oh, shit. Wo ist er? Bei da hinten. Komm, jetzt blockt mich doch nicht. Blockt ihn. Links, glaube ich, ist er. Ja. Ja. Hit Ringer. Ah, schade. Maxi, dass er es kapiert hat, hat sich einen Schuss gelöst. Die Bombe war nicht nah genug dran. Ich hatte echt gehofft, dass alle vier daran sterben. Echt, ey. Alter, Kunran kann man nicht tun. Aber obwohl die Bombe hochgegangen ist, hat noch irgendein hin und andere ihn nur gekillt, ey. Ja, ja, Goro. Goro, Goro, Goro. Goro, 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 Goro. Gartik, Goro. Goro, Goro, Goro. Grandom Killster ist er dabei. Muss er mal deine Waffen ordnungsgemäß warten. Warten Das ist die Bonus Tape, das musste dann bis ans Ende spulen. Ja, wir machen es nicht wie bei Kraft Club. Wir nutzen immer denselben Beat und machen anderen und auch so ein Game of Thrones Track, ja. Leute, ich hänge, kann mir helfen? Brain Leg! Nein, hau ab! Ich bin die Detective, ich darf alle... Oh! Was, 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 was? Ich will nur das Glas aufmachen. Ich will nur das Glas aufmachen, deswegen schießt er durch. Ja, mit welcher Berechtigung, ey? Ich hab hier nur meinen Job gemacht. Mach das Glas! Au, au! Goro, Goro, das ist los, Goro! Hab ihn! Ey, mein Gott, hilf mir doch! Ich will auch schießen! Hilf mir doch, bist du bescheuert?! Ey, Goro hat wen umgebracht! Ihr habt doch die einen umgebracht! Ich hab Fisk getötet und Kundran ist es nicht. Dann ist es Goro! Ich will auch jemanden töten! Schändet Goro's Leiche, bitte! Was? Mefi? Ja, was? Ja, was? Du hast nur noch mal so schön zu mir geguckt! Alter! Ey, halt! Wer ist der da? Kundran, du hast Goro's Leiche nicht geschändet, so! Nimm das! Er ist dran vorbeigegangen! Muss man einmal teabacken eigentlich? Nein, das gibt's noch in Counter-Strike! Tautau hat nicht geteabackt! Hab ich doch! Alter! Soll ich Goro's Leiche auch mal teabacken? Nein, du belebst den wieder, ey! Wenn du nur zuschauen kannst, wer schlupft denn da? Wer schlupft denn da? Wer schlupft denn da? Schlupfen, ey! Schlüpfer? Echt das? Echt das? Kann jemand ein Baby werfen, bitte? Waren ja auch gerade alle aufm Klo! Suli? Ja? Orchelcast? Wer sollst du ein Baby werfen? Ich wollte gerade sagen, Rots hat gefragt, dass du jemanden soll ein Baby werfen! Baby und ich ganz bestimmen nicht! Du bist leider die eischigste potenzielle! Nein! Es gab schon Männer! Hat man so sagen hören! Ey, das... Ey, wer werfen hier die Granate, dachten wir! Wer war das denn? Warst du das? Ich weiß es nicht! Ich hab sie auf jeden Fall auch abbekommen! Ey, Maxi McFly hat gerade aus dem Schatten geschossen! Ich hab gar nicht aus dem Schatten geschossen! Ne, wer hat ne Bombe gelegt! Lauf! Lauf Tautau, lauf! Ah! Da laufen sie! Wie die aufgeschreckten Männer! Töte mich Tautau! Fade regelt! Nein! Ich glaub Julie ist es! Ich bin's auch nicht, Potsdam! Aber ne... Ich weiß, scherzeweise! Wenn du dich schon wieder so umdrehst und mich gleich abknallst! Da ist er! Oh nein! Schnapp ihn dir, Julie! Julie! Hier! Oh! Okay, schieß schnell! Er flieht! Staatsgewalt! Ich blocke, ich blocke! Das ist nervig vielleicht! Töte mich, Julie! Nein! Detective Befehl! Oh Gott! Time to go! Maxi! Maxi ist hier! Hier irgendwo! Maxi hat wiederbelebt! Was? Aber der Twitter hängt, glaub ich, im Dingsraum! Der hängt! Sehr schön! Hab ihn! Ne, ich hab ihn erschossen! Aber er hat gerade wiederbelebt! Fist lebt wieder! Ja, wo ist er hingeheran? Hallo! Fist darfst du reden! Also Fist dürf mich hin! Ja, ja! Du musst jetzt sagen, wo du bist! Detektiv Befehl! Wo ist der hinverschwunden? Ach da ist er wirklich! Wo denn? Scheiße! Das war Kundran! Somit macht sich Tauta verdecklich! Nein! Es ist Fist, Julie! Fisk und Kundran sehen auch so ähnlich aus vom Namen her! Natürlich! Aber irgendwie so vom Aussehen her! Die haben irgendwie nicht ihren eigenen Stil! Ja! Warum hat der Tag noch wer? Wer ist der eigene Maske? Du weißt doch! Wieso man ne Maske auf hat, das ist noch lange nicht gelöst! Ist da noch ein paar Stroh? Bist du irgendwo reingepackt, Fist? Nö, nö! Okay! Nö, nö! Ich versteck mich nur! Ja! Als DT... Dicke Team! Scheißer! Keine Minigun! Keine Minigun! Wo ist er? Die ist doch scheiße! Längste Runde Erbus der Geschichte! Ja! Was zur Hölle war das? Ciao, ciao! Komm's auf! Ich tu nicht! Ey! Hast du Jenny gezogen? Haha! Nein! Vielleicht hätte es doch die Sekunden länger gebraucht! Dann wäre er nämlich reingepackt worden und hätte es nicht mehr gesehen! Da hätte er uns nicht mehr gefunden, ey! Muss ich mir Minigun kaufen! Leute, Discos will ich sehen im Anfangsraum! Scheiße! Ich hab keine! Ich hab keine! Verstecken, ey! Leute, werf die Discos raus! Werf die Discos! Während der gerade tot war, hab ich hier auf meinem Handy geguckt! Ich hab unter einem Ammen Video einen Top Comment mit über 7000 Likes! Aha! Muss mein Video! Bei Street Fighter gibt es einen neuen Charakter jetzt, der macht so Wrestling-Moves und der macht 1 zu 1 den Stone Cold Stunner! Und der ist aber noch verbuggt! Der macht zwar Schaden, aber tötet nicht! Und in einer Situation hätte er töten müssen! Dann schreibt er in den Top Comments, steht die Frage, why didn't the Stone Cold Stunner kill him? Und dann hab ich drunter geschrieben, ja weil Wrestling fake ist! Ja, Wahnsinn! Alter, wer hat da auf dich geschossen, Goro? BOTZTA hat mich angeschossen! Jawoll! BOTZTA! Ey, und hier Dalu hat ne Heilige gewonnen! BOTZTA! Eskalation jetzt mal! Goro, hau wieder ab! Es muss jetzt jemand sterben! Geh weg mit dem Prop! Geh weg mit dem Prop! Ich bin nicht schon wieder an dem Prop! Ich hab ihn! Hab ihn! Dann ist er ab! Ist safe! Da flieht er! Baby ist weg! Ey! Leute, lauft! Ich hab die Tür aktiviert! Lauf fest! Geh weg! Fist! Geh weg! Feuer! Ah, Feuer! Ich weiß nicht, links, rechts, alles ist von mir! Feuer! Feuer frei! Nein! Oh, das war ja easy! Was? Feuer! Hä? Wieso? Nice round! Nice round! Nice round! Hehehe! Achso! Hehehe! Aber du kamst doch von oben! Das war mal ne schön schnelle Runde Airbus! Das ist Airbus! Ja, aber du hast ja nicht gesehen, dass ich die geworfen hab! Ja, gesehen, nicht gesehen! Trader oder nicht Trader! Ich hab doch gesehen! Ich hab die Heilige noch... RANDER! Mann! Was heißt denn hier ein bisschen, ey? Weil man von der Heiligen wegläuft, ist man der RANDER! für diesen RANDER! Ah, die andere Tür noch! Danke! Hab ich doch! Oh, alles stehen! Oh, alles stehen! Oh Gott! Der Feuerlöscher, der Feuerlöscher wird töten, Leute! Ey, warte mal, hast du grad auf mich geschossen, Maxi? Ja, klar! Ja! Warum? Weil du guckst nicht! Ey, das ist gemein! Oh! Hallo, Alter! Konrad! Konrad! Ich hab doch selber ein Dämon-Spiel-Kommentar angesehen! Nefi, ja! Warum soll ich... GORO ist es! Ach du... Was? Da du ist es! Hey, Taufer, hast du grad geschossen? Nefi, ist es! Nefi, wie ist es? Da du ist es! Komm, schwörm, Goro, doch mal! Du hast Kunran erschossen! Nefi! Ich hab Kunran erschossen! Du hast Goro erschossen! Ich hab Kun... Bist du bescheuert? Jetzt hör doch mal auf! Nein, gehört sie wieder! Hab ich gar nicht gehört, ey! Ja, sie ist... Musst du mir doch einen Drink kaufen! Oh, sie war ja der einzige, der sich das... Hast du was gekauft? Oh, ja! Da ist ja noch einer! Oh, ja da! Oh, ja da! Ach, Mann! Kunran was gekauft? Ne! Hallo? Taufer! Ohne was zu sagen! Ey, einfach so Grundjob geben! Ey, nicht auf mich schießen! Ich hab TauTau getönt! Ey! Du stehst aber im Chat! Ja, du stehst im Chat! Ja, du stehst im Chat! Ja, aber ich war's nicht TauTau! Ach, Mann! Ach, noch Redestudel! Sorry, Goro! Das war in der Sekunde! Das war in der Sekunde! Der Schmidt in der Sekunde! Das waren die letzten Zucken! Das war die Rache, Goro, für deinen Boxkampf, den du da angezettelt hast und dann wurde ich hingerichtet! Oh, Mann! Für deinen Bosskampf! Man wird ja wohl noch mal ein Boxkampf in Indien! Ja, ich hab da auch nur einmal aus Versehen geschossen! Ja, weil alle da rumbrühen! Ja, weil du einfach, einfach ohne was zu sagen, BAM! Weil einfach, einfach, einfach ist! Sellout bei Goro! Wie viel Geld gab's dafür, Sellout Boy? Egal, der scheint gerade fest! Richtig Asche, ey! Richtig Asche! Hier ist wieder eure Dagi, ey! Goro steht hier! Das ist Kunt! Grüßt euch, Leute! Goro hier! Wir sind ja schon wieder hier los! Placement Melina! Ich werde meine eigene Rolle-Kollektion gestalten! Ja! Ey, es ist auf jeden Fall Fisk, der Detective! Man nennt mich Goro Slimami! Goro Salami! Goro Salami! Goro Salami! Das ist doch sein You-Porn-Kanal, ey! Seine Biserie! Läuft aber nicht gut! Bei Pornhub heißt er auch Goro Salami, ey! Grüß dich! Goro ist es! Goro ist es! Warum? Dalu geht einkaufen! Ja! Duty-free! Ohoho! Was ist da passiert? Was ist da passiert? Oh Gott! Nefi ist es! Nefi! Wehrkraft dazu! Es ist John! Es ist Tau Tau! Und Nefi ist weggerannt! Er wusste davon! Der andere muss Nefi sein! Er hat versucht Nefi zu töten! Aber hat es nicht geschafft! Nefi war doch gar nicht da! Ja! Er hat versucht Nefi zu töten! Aber hat es nicht geschafft! Wer lag denn da? Ach das lag Nefi! Ja! War dir doch egal wenn er lag! Komm! Mach dich fertig! Goro Boy! Ey! Wadalu ist hier ne Mütze! Hier ne Mütze! Ey! Nefi hat nen Speer! Nefi hat nen Speer! Er hat noch nen Verbündeten! Aber Maxi muss weggepackt sein! Nein Leute! Es ist Nefi! Jagen wir ihn! Goro du bist falsch gegangen! Hier ist er lang gegangen! Goro ist wieder falsch gegangen! Da! Nefi ist es! Nefi ist es! Nefi hat ihn gekackt! Ey! In den Gang! Hier hat er gehockt! In der Ecke! Eingang weiter ist das Klo Nefi! Ey! Goro verfolg ihn! Ich bin falsch gegangen! Ich bin falsch gegangen! Zwei Mal! Oh Mann! Hier ist er! Ja! Mach ihn! Jetzt haben wir ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Bestimmt Goro! Wahrscheinlich Kundran der da einfach so steht! Wir verfolgen ihn! Aua! 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 Er schießt zurück! Aua! Er war's nicht! Dann ist es Goro! Oh! Ich hab den jetzt echt getötet! Nein! Ich hab den nie getötet! Dann ist es Kundran, oder? Es ist Kundran! Wollen wir als nächstes Kundran holen? Nein! Das ist Kundran! Weil er wusste direkt, wann er tot war! Stimmt! Konnte er gar nicht wissen! Auf ihn! Ich will nicht wissen! Goro mitgehangen! Mitgefangen! Das ist jetzt hier Gang-Aktivität! Eeeh! Schieß! Jeder muss schießen! Eeeh! 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 Ich glaube es ist Goro jetzt auf einmal! Eeeh! 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 Eooo ! Eeeh! Eeeh! E będę klopft! Eeeh! Jemand hat den Mülleheimer kaputt gemacht! Hier ist ne Bombe! Leute, es muss Kunran sein. Ich glaub, Goro ist das. Kunran und Goro können sich duellieren. Detektiv-Befehl. Ich hab das von Fisk geerbt. Könnt ihr das mal beenden? Nee. Ja, Mann. Dich müssen wir nur einmal unboxen, ey. Okay, komm Goro, hat doch keiner gesehen. Ist das freundschaftlicher Klatsch dann? Ja, hier spricht doch einer. Oh Gott, wenn Goro jetzt tot ist. Hier öfft er ne Insel hin. Oh Gott, Goro kommt. Da ist ne Insel! Da ist er! Ey scheiße, es muss wirklich Kunran sein jetzt. Es muss, ah scheiße, es ist wirklich Kunran. Ich schau ab. Oh, da ist Feuer. Ey Goro ist es! Goro ist es! Das ist einer von uns beiden. Beendet. Und dann rüber zu Grahans. Nicht ein Proppiel hat er gemacht, ey. Und dann rüber zu Grahans. Wir sind mal rüber zu Kunran gelaufen ey. Wieso, du hast Dabel doch erwischt mit dem Prop oder ne? Ne, ich meine, Goro hat ja nix gerissen. Ich hab Nalo einfach gemacht. Und von Anfang an wollte ich Goro machen. Hättest du einfach mal gemacht. Warum hast du dich zurückgeschossen? Alter, wer macht die Blumen kaputt? Das war doch nett. Wie man da standen mit den Siegel ist. Eigentlich ist es meine Aufgabe, ne? Du kriegst keine Blumen mehr von mir, Juli. Ja, denk ich mir. Es war so geil. Die Hunde war echt einer der witzigsten. Direkt ein Propkill am Anfang. Ich glaub, ich bin irgendwie aus dem Blumen weggepacken. Alter, auf! Warte mal die Tür auf, hier. Das war ne Shotgun, oder? Ja, ich glaube... Vorsicht, die Tür! Diesmal lass ich mich nicht aus... Was? Warte. Oh Mann, oh! Wo kam Baby? Von hinten. Ah, hier vernicht die Golde! Bist du verrückt? Ich hab wieder auf dich geschossen und es hat nichts gemacht. Hat er sich bewegt? Nein, er hat sich nicht bewegt. Ich bin unbesiegbar. Ey, nicht nochmal auf mich schießen. Das ist unfair. Nein, ich will ja nicht, dass ein Detektiv stirbt. Nefi ist es. Ich töte den Nefi für dich. Ich weiß, wo er ist, weil Nefi ist immer ganz unten. Hä? Warum bist du leise geworden? Wie geht denn was hier? Oh! Toto? Sack! Hab ihn! Hä? Ja Toto, wieso gehst du denn in so'n Traitor-Gang? Hä, wo seid ihr denn wieder? Hä, wie viele Leute sind's noch? Okay, alles klar. Ja! Okay, gut. Hab ich dich denn echt nicht getroffen? Scheiben. Warten. Bewegt sich ganz schön schnell. Kunran. Was? Ne, eigentlich nicht. Kunran ist auf dem Klo gerade. Dieser scheiß Fahrstuhl, ne? Ich glaub er ist in der Mitte ausgestiegen. Keine Ahnung, aber... Seid ihr oben? Nein. Nein. Du bist doch der Einzige, der immer nach unten geht, Nefi. Das ist doch... In unserer Runde wurde wenigstens gelacht. Ich wollt's grad sagen. Da wusste man nicht mehr so. Nefi ist nun mal irgendwie weg. Nach der lebenden Ton. Das war knapp. Wo bist du Kunran? Denk. Im Aufzug. Bist du im ersten Stock? Davor? Nein. Alter, warum... Der Aufzug ist doch scheiße. Du musst ja die Knöpfe drücken. Richtig. Er war doch eben oben. Was? Du bist da drin gewesen? Ich bin da grad reingegangen. Och Mann. Jetzt zeig ich dir mal wie das geht Kunran. Oh, die trifft wirklich nicht. Sheet. Oh, da geht er hoch. Letzte Runde. Ey, ich hab 69 Punkte Leute. Hashtag Pornös. Ich bin ja froh, dass ich die nicht getroffen hab. Scheinbar aber eigentlich stand es so viel. Hashtag abgehoben. Hashtag Pornös. Hashtag er bloß abgehoben. Oh. Warte. Oh. Hashtag Propkiller und Goro letzte Runde. Scheiß aufs Karma. Scheiß aufs Karma Leute. Bin eh der Sieger der Herzen. Gar nicht. Niemals. Jetzt werden wir beide Trailer, ich weiß es. Was macht Dalu denn? Wenn wir beide Trailer werden mach ich dich auch. Oh. Oh. Das ist ne Ansage. Das ist ne Ansage. Komm schon Grants. Wir wissen es beide. Ey. 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 Was geht? Ja mein Item wurde mir geklaut im letzten Moment. Das war natürlich scheiße. Oh mein Arty wurde mir geklaut. Kondraut. Oh. Da ist es halt. Das ist so heiß. Leute wo ist Goro hinter oben ne? Will er rein? Ey. Lasst mich doch durch. Ich muss das noch einlösen. Ey. MacFleet ist es. Julie ist es. Nein. Doch. Nein. Doch. Hier geh doch Mike kaufen. Aua Grants. Aua. Ey. Oh hinter uns ist die Tür auf. Lauf komm dran. Die Tür ist doch gar nicht auf. Doch die hier. Die wurde grad vor Maxi geöffnet. Siehst du die nicht? Hinten. Wow. Baby von? Von Julie. Goro ist es. Der da. Grüßt euch Leuten. Grüß dich McFly. Trailer hier. Dann machen wir aber in unserer Runde oder? Können wir machen. Aber wie tödeln wir jetzt. Was ist das für eine? Achso. Okay. Oh. 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 Nein! Weg! Verpiss dich! Eine ging noch, hatten wir gesagt. Eine machen wir noch. Eine noch! Das war ein glatter Dreier, Goro. Das war ein Dreier. Dann weiß man nicht, wer der Vater bleibt. Die rechten Schüsse bin ich. Weg! Weg! Jetzt lauf ich an dir vorbei, du sagst Niffi. Get rekt! Disco Disco. Partisan. Partisan. Ich war Trailer, das war mein Job. Dein Name stand auf meiner Liste. Nein, ich bin hier. Das war eine Incy. Oh, er HPed hier. Nein. Ey, GPed. Renz, du. Renz. Ich weiß, leider. Hey, halt mal, stopp. Vorsicht, Incy. Wohin? Ah, Niffi! Niffi! Hey, warte, das kommt aus der anderen Richtung. Das kann nicht wahr, Lügner. Stehe ich auf deiner Liste? Hier liegt eine echte Mate! Das ist echt da, das ist Niff! Ich hab Niffi getötet. Boom. Warum hast du sie getötetet? Weil der Trailer Marino. Weil der Baby nach mir geworben hat. Goro schießt es mal. Das war am Schluss, weil alle haben auf Niffi geschossen. Aber ist Fisk nicht? Ne, Tautau. Es war keiner da! Keiner hat mir geholfen, ich musste ganz allein gegen Nefi kämpfen. Alles klar bei dir? Ja, bei dir? Ja. Was machst du hier? Ey, geht dich gar nichts an! Fisk, schieß einfach Tautau! Fisk, Tautau, hilf mir! Ich will das kaputt machen. Nein, ey, wie machst du denn deinen Job, ey? Trotz, das hat auf jeden Fall eingekauft. Geht, gar nicht! Nein, gar nicht! Check die Kreditkartenerbrechner. Ich schießt hier. Regelmäßig. Du schießt hier regelmäßig. Alter, Dalu wollte 360 machen gegen mich. Ich mach jetzt einen gegen dich, warte. Ey, 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 ey! Das wär's! Habt ihr das gesehen? Könnte ich mit Platzpatronen schießen? Ey, Maxi hat ne Turtleneid geworfen! Ich geb alles hier, so! Guck mal! Geh! Geh! Ey, ich hab grad eingekauft, lass das! Angst! Die schießen hier im Öl um sich! Ich glaub, man sollte hier aus dem Treppenhaus weggehen! Tautau, guck mal, was ich jetzt mach! Ist einer gestorben! Nein, Bots hat aufgemacht! Ist einer tot? Ne, er hat mich nicht... Nein, Bots hat die Tür aktiviert. Tod wär besser. Ist einer, Leute. Du stößt jetzt an die Tür. Guck mal an die Tür! 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 Warum, was hat er getan? Er kommt so wirklich zur Tür so rüber! Und dann hat kein Anderer an der Tür! Boah, ich mach sie alle! Guck mal her, du! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschau! 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 Tschau!